Pavlos Papierbuch. Es ist einfach nicht wahr, dass in UNITER Papierbücher verboten sein werden. Im Gegenteil. Sie werden mit aller erdenklichen Sorgfalt in speziellen Bibliotheken verwahrt und Wissenschaftlern dort zur Verfügung gestellt. Ja, selbst Privatpersonen dürfen Papierbücher besitzen und lesen. Sie dürfen sie sogar verleihen. Es wird nur des unschätzbaren materiellen wie historisch-kulturellen Wertes wegen verboten sein, sie zum Handelsobjekt zu degradieren. Gegen solchen Schutz ist nichts einzuwenden. Und ebenso selbstverständlich ist es, dass UNITERs Verfassung und Sendung getreu alle Papierbücher destruktiven, amoralischen, das heißt unitärfeindlichen oder sonst wie schädlichen oder möglicherweise schädlichen Inhalts oder aus sonstigen Gründen als spezialsekretiert nur einem äußerst streng begrenzten Personenkreis zugänglich sind. Na gut. Nach den zwei Atomkriegen vor UNITER gab es im gesamten Menschheitsgebiet immerhin noch die stattliche Zahl von 82.347 vollständig erhaltenen Papierbüchern der Kategorie 1 und die der Kategorie 2 wurde auf 1,2 Millionen geschätzt. Unter einem Papierbuch verstand man ein auf Substraten pflanzlicher oder tierischer Abkunft materialisiertes und ohne maschinelle Vermittlung konsumierbares Druckerzeugnis jedweder Art. Zu den Papierbüchern der Kategorie 2 wurden auch Fotografien gezählt. Papierbücher der Kategorie 2 waren Stücke deutlich minderen historischen oder materiellen Wertes, unausgefüllte Formulare von Massencharakter, ein herausgerissenes Kalenderblatt, ein leerer Buchdeckel, ein Briefkuvert. Eine beschriebene Postkarte hingegen konnte je nach Auslegung auch zur Kategorie 1 gehören. Als eine ihrer ersten Maßnahmen hatte UNITERs Regierung sämtliche im Privatbesitz befindlichen Papierbücher der Kategorie 1 Zweckskontrolle und Registrierung eingezogen. Verhehlung des Besitzes wurde gebührend bestraft. Nach Erfolg der Registrierung wurde die Mehrheit der Exemplare als Nationalvermögen den Bibliotheken zugewiesen. Es wurden aber auch Papierbücher dieser Art den Besitzern zurückgegeben, in insgesamt 31 Fällen. Papierbücher der Kategorie 2 waren anmeldepflichtig. Insbesondere musste die Art und Weise des Erwerbs detailliert nachgewiesen werden. Sie waren begehrte Sammelobjekte. So war zum Beispiel Liros Vater auf nichts so stolz, wie auf einen Kassenzettel aus dem Jahre 1998, den Kauf eines Stücke Seifenersatz für 49,99 Mark, in der Superkaufhalle 22, einer schon im ersten Atomkrieg verschollenen Stadt namens Berlin bestätigend. Dies in seiner Art einzigartiges Stück hing in einer konservierenden Krypton-Glashülle an der Stirnwand der Familienwohnzelle und gab Jiros Vater vor jedem seiner Gäste Anlass, in eine tiefe philosophische Betrachtung über den Menschheitsfortschritt einzutreten. Während in jenen so fernen, finsteren Zeiten die Menschen noch gezwungen waren, Seifenersatz käuflich zu erwerben, teile ihn in den Uniter, die nur um das Wohl des Volkes besorgte Regierung, allmonatlich ein Stück Ersatzseife kostenlos zu, worauf man ihr immer dankbar sein wolle. Nicken, Staunen, Bewunderndes Raunen. Vor, warte mal, sagte dann stets der Besucher, 1458 Jahren, einfach unglaublich. Und alle nickten abermals. Nun geschah es, dass Pablo ein Papierbuch der Kategorie 1 in die Hand bekam, und zwar eines jener 31 in Privatbesitz Befindlichen. Die näheren Umstände sind nicht wichtig. Wichtig ist jedoch, darauf hinzuweisen, dass Papierbücher prinzipiell etwas anderes waren als deren Übertragungen auf Mikrofilme oder Lesekarten. Zur Definition eines Papierbuches gehörte seine Konsumierbarkeit ohne maschinelle Vermittlung oder, um es konkret zu sagen, was ein Papierbuch war, Begriff Pavlo, da er es in seinen Händen hielt. Dass man es anfassen konnte wie einen Leib. Er strich über den blaugrauen, geschmeidigen Einband, ihn schwindelte. Das Buch lag ein Wesen in seinen Händen, er öffnete es, man konnte es auftun, die Hand spürte Widerstand und Ergebung, die Schrift erschien in gegliederten Blöcken, schon sichtbar, aber noch nicht ersehbar, die Seiten wölbten sich wie Hügel, in ihrer Mitte ein Schattental. Schatten auch von Pavlos Finger, der über die Zeilen der Zeichen hinglitt, er konnte ihre Konturen spüren, die Buchstaben rochen nach Dunkel und Ferne, man hörte die Blätter beim Hinfließen rauschen, ein Quell unversiegbar sich ergießender Zeit. Er las noch nicht, er nahm nur hin und dies tat er mit allen Sinnen. Weder Mikrofilm noch Leseblättchen waren außerhalb der Maschine Dinge sinnlicher Selbstoffenbarung, der Mikrofilm ein winziges Röhrchen, in der Hand ununterschieden von denen mit Abführ- oder Abtreibungsbillen, die Leseblättchen besten Fall sein daumennagelgroßes Blaststück, zumeist jedoch von vornherein nur integrierter Teil der Maschine, abrufbar durch Fingerdrucke auf Felder, wie man sie von jedem Computer kennt, so stellt man auch Wasch- oder Wahlmaschinen, Addierer, Wecker und Wohnzellenfinder ein, und die Schrift, die dann erschien, war enorm Gebilde aus Rasterpunkten, unfühlbar, unhörbar, unriechbar, unschmeckbar, und in keinem natürlichen Größenverhältnis zu einem menschlichen Organ, am wenigsten zum Menschenauge. Das Papierbuch war zuerst einmal handlich. Es lag in der Hand, wie ein Vogel in seinem Nest, und jede seiner Seiten war ein Gebilde, das ringsum mit Blicken abschreitbar war, ein Maß an Raum in sich geschlossen, und damit ein Maß auch für die Zeit. Dies Maß war menschlich, weil überschaubar. Man konnte mit ihm disponieren und sich vornehmen, noch zwei Seiten zu lesen, oder drei, oder hundert. Auf dem Leseschirm oder unter der Leselupe zog die Schrift ohne erkennbares Ende sich hin, zwar in ihrer Geschwindigkeit regulierbar und nach Wunsch auch jederzeit anzuhalten, doch der Text, der dann verharrte, war eine diffuse Folge von Wörtern, amorph, perspektivlos, ein zufälliger Ausschnitt, darin oft noch nicht einmal ein Satz aufschien. Was im Papierbuch ein geistiger Raum war, wurde im Lesegerät ein Fließband, auf Knöpfchendruck, von Ort zu Ort ruckend, und wenn der Benutzer dieses Band auch auf dem Gesamtweg begleiten konnte, erschien ihm dieser doch niemals fassbar. Im günstigsten Fall war der Text Zitat. Einem Mikrofilmröhrchen entnahm man nicht sinnhaft, wie viel Lesezeit es in sich barg, beim Papierbuch wog man mit Hand und Auge, man sah, wen man da vor sich hatte, und als stelle es sich vor, trug es auf dem Einband seinen Namen als Titel, bei diesem hier in schwerer Zeit. Es stammte aus dem gleichen Jahr, wie der Kassenzettel bei Jiros Vater, und enthielt die noch nicht anglisierten Deutsch, drei als Erzählungen charakterisierte Texte. Pablo hatte nie vor dem von ihnen gehört, und auch die Verfasser waren ihm unbekannt. Die erste Erzählung hieß, in der Strafkolonie, und begann folgendermaßen. Es ist ein eigentümlicher Apparat, sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden, und überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohlbekannten Apparat. Der Reisende schien nur aus Höflichkeit der Einladung des Kommandanten gefolgt zu sein, der ihn aufgefordert hatte, der Exekution eines Soldaten beizuwohnen, der wegen Ungehorsam und Beleidigung des Vorgesetzten verurteilt worden war. Das Interesse für diese Exekution war wohl auch in der Strafkolonie nicht sehr groß. Wenigstens war hier in den tiefen, sandigen, von kahlen Abhängen, ringsum abgeschlossenen kleinen Tal, außer dem Offizier und dem Reisenden, nur der Verurteilte, ein stumpfsinniger, breitmäuliger Mensch mit verwahrlostem Haar und Gesicht und ein Soldat zugegen, der die schwere Kette hielt, in welche die kleinen Ketten ausliefen, mit denen der Verurteilte an den Fuß- und Handknöcheln so wie er am Hals gefesselt war und die auch untereinander durch Verbindungsketten zusammenhingen. Übrigens sah der Verurteilte so hündisch ergeben aus, dass es den Anschein hatte, als könnte man ihn frei auf den Abhängen herumlaufen lassen und müsse bei Beginn der Exekution nur pfeifen, damit er käme. Soweit dieser Absatz. Pavlo las, und obwohl er bei vielen Wörtern um eine Deutung verlegen gewesen wäre, er wusste zum Beispiel nicht, was eine Strafkolonie war, bedeutete ihm Wort für Wort immer mehr. Denn wie wohl ihm fast alles, was er da las, unmöglich auch nur zu denken vorkam, so etwa, dass ein Soldat ungehorsam sein könne und gänzlich undenkbar ist wirklich geschehen, las er wie durch das Gefühl gebannt, als erzähle ihm jemand ein Geschehen ist, das sich mit ihm Pavlo selber ereignet. Er hatte es bislang nur noch nicht gewusst. Er saß nun am Rande einer Grube, in die er einen flüchtigen Blick warf. Pavlo hatte noch nie am Rande einer Grube gesessen. Nun fühlte er, wie ihr Abgrund ihn zog. Oder stürzte er schon dem Blutwasser entgegen, das da unten versickernd mit Unrat sich mischte? Die Erzählung war nämlich so weitergegangen, dass der Offizier dem Reisenden den Exekutierungsapparat und dabei das Wesen der Strafkolonie, ein Ideal der Zucht und Ordnung, das er von Reformen ausgelaugt glaubte, an ihrer Justiz zu erklären versuchte, um den fremden Gast für seine Partei, die Ware des Alten, zu gewinnen. Und Pavlo sah den Apparat in den düsterfahlenen Tal des Sandlands und er sah ihn zwischen den Hängen des Buches, das er in seinen Händen hielt. Er stand dort, schwarz, im gilbenden Grund, ein riesig aufgerecktes Insekt, in seiner dreifachen Gegliedertheit, drunten das Bett, darauf man den Schuldigen schnallt, mit einem Filz ihm den Mund zu stopfen und, nachdem er die Sühne begriffen, einem Napf reiß als letztes Mal. Darüber an einem Stahlband die gläserne Egge, die dem Schuldigen mit tausenden Nadeln zwölf Stunden lang das Gesetz auf den Leib schreibt, um ihm schließlich mit einem stehlernen Stachel den Todesstoß durch die Stirn zu geben und oben der Zeichner, der jeweils die Züge der Egge lenkt, ein höchst kunstvolles Rädersystem, erdacht und geformt vom Genius des Einen, der einst Schöpfer der Strafkolonie gewesen und auch nach seinem Tode noch Haupt der Partei war, zu der auch der Offizier gehörte. Pavlo sah ihn den Zeichner einstellen, man machte sich dabei die Hände schmutzig, der Offizier wusch sie in schmutzigem Wasser und als dann das Wasser zu schmutzig war, im Sand. Der Verurteilte und sein Wächter sahen zu und Pavlo sah ihnen zu, wie sie zusahen. Er sah alle durch die gläserne Egge und er kannte keines ihrer Gesichter und sie waren ihm doch alle bekannt. Dann ließ ich den Mann die Ketten anlegen. Das alles war sehr einfach. Keiner von Pavlos Bekannten trug Ketten. Der Soldat scharrte gelangweilt im Boden, der Verurteilte in stumpfer Neugier zog ihn näher zur Maschine hin. Er weiß noch nicht einmal, dass er angeklagt und verurteilt wurde, dachte Pavlo, der es aus dem Papierbuch wusste und nun wird es ihm auf den Leib geschrieben. Der Verurteilte wurde aufs Bett geschnallt und zugerichtet. Pavlo spürte das Buch schwer in seinen Händen. Der Verurteilte erbrach sich. Der Offizier war empört. Wie kann man ohne Ekel diesen Filz in den Mund nehmen, an dem mehr als hundert Männer im Sterben gesaugt und gebissen haben? Pavlo fühlte, wie es ihn wirkte. Alle Schuld des Kommandanten, schrie der Offizier und rüttelte besinnungslos vorne an den Messingstangen. Die Maschine wird mir verunreinigt wie ein Stall. Er zeigte mit zitternden Händen dem Reisenden, was geschehen war. Habe ich nicht stundenlang dem Kommandanten begreiflich zu machen gesucht, dass einen Tag vor der Exekution kein Essen mehr verabfolgt werden soll, aber die neue milde Richtung ist anderer Meinung. Die Damen des Kommandanten stopfen dem Mann, ehe er abgeführt wird, den Hals mit Zuckersachen voll. Sein ganzes Leben hat er sich von stinkenden Fischen genährt und muss jetzt Zuckersachen essen. Aber es wäre ja möglich, ich würde nichts einwenden. Aber warum schafft man nicht einen neuen Filz an, wie ich ihn seit einem Vierteljahr erbitte? Wie kann das nur enden, dachte Pavlo. Der Offizier schien ihm im Recht und eben das schien ihm jetzt unerträglich. Der Offizier entwickelte seinen Plan, den Kommandanten mithilfe des Reisenden zum Geiste des Alten zurückzuführen. Der Reisende müsse da einfach helfen. Die Gelegenheit sei einzigartig und der Reisende nach einem Zögern lehnte ab. Es gibt ein Drittes, dachte Pavlo. Die Erkenntnis war ein schwarzer Blitz. Das Verfahren hat sie also nicht überzeugt, fragte der Offizier. Nein, schrie Pavlo, der Reisende schwieg. Der Soldat hockte die Weile vor dem Bett im Sand und freundete sich mit dem Gefesselten an und da wusste Pavlo, wie die Geschichte ausgehen musste. Der Reisende und der Soldat überwältigen den Offizier, befreien den Verurteilten und schlagen sich in die Freiheit durch. Pavlo zitterte, es war ungeheuer. Im Entschweifen hatte er die Zeile verloren, gierig suchte er den Fortgang, Schatten seiner gleitenden Hand. Das Verfahren hat sie also nicht überzeugt, sagte er, das ist der Offizier, dachte Pavlo für sich und lächelte, wie ein Alter über den Unsinn eines Kindes lächelt und hinter dem Lächeln sein eigenes, wirkliches Nachdenken behält. Dann ist es also Zeit, sagte er schließlich und blickte plötzlich mit hellen Augen, die irgendeine Aufforderung, irgendeinen Aufruf zur Beteiligung enthielten, den Reisenden an. Wozu ist es Zeit, fragte der Reisende unruhig, bekam aber keine Antwort. Du bist frei, sagte der Offizier zum Verurteilten in dessen Sprache. Dieser glaubte es zuerst nicht, Pavlo glaubte es. Er wusste nun alles. Diese plötzliche Gnade war eine List des Offiziers, das Bündnis der drei noch im Entstehen zu sprengen, denn nun würde, das war sich Pavlo gewiss, der Reisende in die Maschine geschnallt. Zieh ihn heraus, befahl der Offizier dem Soldaten. Der gehorchte, diese Spannung, wie wohl man doch das Ende wusste, aber ehe man dahin kam. Der Verurteilte war freigekommen, der Offizier, welche Niedertracht, zeigte dem Reisenden ein anderes Muster für die neue Nadelführung der Egge, der Reisende konnte die ihm doch zugedachte Schrift nicht entziffern. Nun begann der Offizier, die Aufschrift zu buchstabieren und dann las er sie noch einmal im Zusammenhang. Sei gerecht, heißt es, sagte er. Jetzt können Sie es doch lesen. Was soll das bedeuten, sei gerecht, dachte Pavlo. Das passt doch überhaupt nicht hierher. Der Reisende beugte sich so tief über das Papier, dass der Offizier aus Angst vor einer Berührung es weiter entfernte. Nun sagte der Reisende zwar nichts mehr, aber es war klar, dass er es noch immer nicht hatte lesen können. Sei gerecht, heißt es, sagte der Offizier nochmals, mag sein, sagte der Reisende. Ich glaube es, dass es dort steht. Nun gut, sagte der Offizier, wenigstens teilweise befriedigt und stieg mit dem Blatt auf die Leiter, erbettete das Blatt mit großer Vorsicht im Zeichner und ordnete das Räderwerk scheinbar gänzlich um. Jetzt legt er den Reisenden drunter, dachte Pavlo. und der wird sich an den Freigelassenen wenden, wird einer flammenden, aufrüttelnden Rede und sie werden den Offizier überwältigen und Pavlos Denken überfiel ein Verlangen, dass die drei nun den Offizieren den Apparat schnallen würden, aber er dachte das nicht zu Ende. Es war zu ungeheuerlich. Der Spruch freilich hätte dann gepasst. Doch wie hätte der Offizier darauf kommen sollen? Das war gewiss ein Versehen des Autors. Allein als dann und indes der Soldat und der Freie in albersen Stumpfsinn die Zeit tot schlugen, der Offizier seine Uniform auszog und sich selbst unter die Ecke legte, nackt und waffenlos und den Filz in den Mund nahm, begriff Pavlo überhaupt nichts mehr. Er fühlte sich um sein Ende betrogen und es war auch keine Spannung mehr, wie diese Erzählung anders ausgehen könne. Ein aberwitziges Hirngespinst. Als dann, denn Pavlos trotzdem weiter, den Offizier mit gleichzeitigem Zustich all seiner Nadeln wie des Stahlstachels zerspießend und über die Abfallgrube schwenkend der Apparat lautlos Selbstmord beging, man konnte das Ausstoßen all seiner Räder aus dem Zeichner wirklich nicht anders benennen? Wollte Pavlo die Lektüre abbrechen? Doch da sah er, dass ihm nur mehr zwei Seiten blieben und er entschloss, sich zu Ende zu lesen und seine Verwirrung wurde Ratlosigkeit. Hatte er vor dem so unverständliche Wörter wie Strafkolonie, Ledermappe, Zierrad verstanden, obwohl er deren Begriffe ermangelte? So war da fortan kein Wort, dem Begriffliches fehlte. Doch nun wurde mit dem unverstehbaren Schluss Pavlo das Ganze unverständlich. Alles zerfiel, wie das Radwerk des Zeichners. Es endete einfach nun unerlaubt. Der Reisende und mit ihm der Soldat und der Sträfling waren, nachdem der zerstochene Leichnam des Offiziers in die Grube geklatscht, Pavlo glaubte, dies so gelesen zu haben, in die Stadt und dort in ein Teehaus gegangen, wo, wie der Reisende nun erfuhr, unter irgendeinem der Tische, da waren Gäste, wahrscheinlich Hafenarbeiter gesessen, der alte Kommandant begraben lag und Pavlo las mit dem Reisenden die Inschrift des Grabsteins, hier ruht der alte Kommandant. Seine Anhänger, die jetzt keine Namen tragen dürfen, haben ihm das Grab gegraben und den Stein gesetzt. Es besteht eine Prophezeiung, dass der Kommandant nach einer bestimmten Anzahl von Jahren auferstehen und aus diesem Hause seine Anhänger zur Wiedereroberung der Kolonie führen wird, glaubet und wartet. Und dann? Und dann gar nichts. Der Reisende ging, die beiden blieben, der Reisende ging zum Hafen hinab, da liefen die beiden hinter ihm her, der Reisende sprang in ein Boot und der Schiff verlöste es gerade vom Ufer. Sie hätten noch ins Boot springen können, aber der Reisende hob ein schweres, geknotetes Tau vom Boden, drohte ihnen damit und hielt sie dadurch von dem Sprunge ab. Aber das, das war doch niemals ein Ende. Wo wurde denn erklärt, wer gut und wer schlecht war, wer recht und wer unrecht hatte, wem er nacheifern sollte und wen entlarven, wo war ein Fazit, was war bewiesen, was richtig gestellt, was widerlegt. Man wusste am Schluss nicht einmal, wer dieser Reisende gewesen, der da auf die Insel gekommen und nun fuhr er einfach wieder nach Hause, das konnte doch kein Ende sein. Doch es war kein Blatt herausgerissen, die Seiten des Papierbuchs waren durchnummeriert, dieser Schluss stand auf Seite 21 und Seite 22 begann eine neue Geschichte. Pablo war schlagen. Es hatte so hoffnungsvoll begonnen, auch wenn es sich anfangs ganz trostlos gegeben. Ja, gerade der Schauder der Trostlosigkeit schuf die Hoffnung auf ein glückliches Ende und man hatte dieses Ende auch kommen sehen. Es war schon in nächster Nähe gewesen. Die geglückte Flucht aus der Strafkolonie hätte ein Beispiel für alle gegeben. Und nun hieß, wie zum Hohn, die nächste Erzählung ausgerechnet, die Martha der Hoffnung. Was war denn das? Pablo las den Namen des Verfassers. Er hieß Vier de Lé Adon, ein komischer, ein unmöglicher Name. So hießen die Leute in alten Zeiten. Und es geschah auch zur Zeit der Inquisition und Pablo war plötzlich ein alter Jude. Er wusste nicht, was das war, doch er war es. Er hieß Rabbi Assar Abarbanel und lag im Gefängnis zu Saragossa und erfuhr, dass er morgen verbrannt werden sollte. Der Großinquisitor von Spanien persönlich, der ehrwürdige Pedro Armues de Spia, war erschienen, es ihm zu verkünden, mein Sohn, freut euch. Ich sage euch, eure Prüfungen hinieden nehmen ein Ende. Wenn ich auch angesichts so vieler Hartnäckigkeit voller Schauder die Erlaubnis dazu geben musste, dass man so streng mit euch verfuhr, so hat meine Aufgabe, euch brüderlich auf den rechten Weg zu bringen, doch ihre Grenzen. Ihr seid der störrische Feigenbaum, der nun, nachdem er so und so oft ohne Frucht befunden worden ist, der Strafe des Eintrocknens verfällt. Gott allein aber bleibt es überlassen, über eure Seele zu befinden. Vielleicht wird euch im höchsten Augenblick das Licht der ewigen Gnade leuchten, wir wollen es hoffen. Es gibt Beispiele dafür. Amen. Schlaf diese Nacht noch in Frieden. Morgen werdet ihr am Autotafé teilhaben, das heißt, ihr werdet dem Kemadero überliefert, der Glut, die die ewige Flamme verkündet, sie brennt, ihr wisst es, mein Sohn, nur in einiger Entfernung. Und der Tod braucht, bis er kommt, mindestens zwei Stunden, oft sogar drei, in Folge der feuchten und eiskalten Tücher, mit denen wir Stirn und Herz der Opfer sorgsam und schützend umwickeln. Ihr werdet nur 43 sein. Bedenkt, dass ihr als Letzter in der Reihe genügend Zeit habt, um Gott anzurufen und ihm diese Feuertaufe darzubieten, die vom Heiligen Geiste kommt. Setzt eure Hoffnung also auf das ewige Licht und schlaft. So hatte der ehrwürdige Vater Großinquisitor gesprochen und dann war er aus der Zelle gegangen, nachdem er, ebenso wie sein Begleiter, der ehrwürdige Bruder Foltermeister, den Gefangenen demütig um Verzeihung für alles Leid gebeten, das sie ihm hatten antun müssen. Und als nun Pavlo in seiner Zelle, in der Finsternis der Nacht und der Gewissheit seines morgigen Flammentodes, in den Wahnsinns Traum einer Hoffnung fiel, entdeckte er, dass sein Traum kein Traum war. Die Tür war nicht in ihr Sperrschloss geschnappt. Der Weg in die Freiheit lag offen vor ihm. Geruch von Moder, Geruch von Moos, es konnte kein Überlegen geben. Leise, leise schob Pavlo die Tür auf und wagte einen Blick hinaus. Unter dem Schutz seines fahlen Dunkels bemerkte ein halbrund aus irrendem Mauerwerk, in das Stufen spiralenförmig eingelassen waren und oben ihm gegenüber fünf oder sechs Steinstufen hoch, eine Art von schwarzem Torbogen, der auf einen weiten Gang führte, von dem er von unten her nur die ersten Gewölbebogen sehen konnte. Pavlo legte sich auf den Boden und kroch bis an den Rand der Schwelle. Der Wandelgang zog sich unermesslich dahin, doch er war der Gang in die Freiheit. Seitwärts gab es auf der ganzen Strecke nicht eine einzige Tür, allein Pavlo wusste, er war gerettet, er würde es schaffen. Und wenn und, nun verstand er den Titel, und wenn die Hoffnung mit ihren Gefahren, die dieser Weg in die Freiheit brachte, ihn auch bis ans Ende der Nerven martern sollte, es würde und es musste gelingen, einmal einen Schritt in die Freiheit getan, wie sollte man da aus der Bahn kommen können? Pavlo lesend wie ein Entrückter, dachte nicht darüber nach, warum ihn das Wort Freiheit so bannte, ja es fiel ihm nicht einmal auf, gierig glitt sein Blick die Zeilen entlang, gierig glitte auf den Fliesen, und es geschah, wie er erwartet, er wurde geprüft bis ans Ende der Nerven, es war die Martha der Hoffnung und er überstand. Mönche traten aus dem Dunkel, er presste sich in die Mauernischen, er fürchtete sein rasendes Herz, er fürchtete den glitzernden Schweiß auf der Stirn und wusste doch, dass er erschaffen würde, flach nichts als ein Schatten auf dem Boden, glitt weiter wurde wieder ein Stück der Mauer und hörte über sich einen theologischen Disput zweier sich ergehender Inquisitoren und der eine der beiden seinem Gesprächspartner lauschend schien den Rabbiner anzusehen. Doch wie seltsam und gleichzeitig natürlich. Die Augen des Inquisitors waren offensichtlich die eines Mannes, der voll und ganz mit Themen beschäftigt ist, was es zu antworten gilt, sie waren gerade ausgerichtet und schienen den Juden anzusehen, ohne ihn wahrzunehmen. Und wirklich, nach einigen Minuten setzten die beiden unheilverbreitenden Sprecher langsamen Schrittes und mit leiser Stimme weiterredend ihren Wege in Richtung auf die Stelle fort, von der der Gefangene gekommen. Er war nicht gesehen worden. Weiter, nur weiter, Schreckgesichte all überall, nun spukten die Mönchsfratzen aus der Mauer weiter, nur weiter, Zeile um Zeile, Pavlok glitt hin, das Ende der Seite und da war er am Ende des Ganges und da lag eine schwere Tür. Er tastete sie ab, kein Riegel, kein Schloss, dann ein Drücker. Der Drücker gab unter seinem Daumen nach, leise öffnete sich die Tür vor ihm. Bläuliche Nacht, ihre wehenden Düfte, der Gemarterte sahen die Freiheit hinaus und nun aufatmend in der Rettung geborgen, kam Pavlo plötzlich der Gedanke, dass diese Erzählung gewiss nicht zufällig der abstrusen ersten jenes, wie es der Verfasser doch, ach ja, jenes Kafka nachgestellt war. Sie korrigierte ihre Vorgängerin mit einem echten, richtigen Ende und sie korrigierte mit diesem Schluss auch die Rede des Großinquisitors, der eine Rettung durch die Marter der Flammen in das Jenseits des Himmels verhiesen hatte. Nein, die Rettung lag himiden auf Erden, durch die Marter der Hoffnung in die Freiheit, so ging der Weg und nun war er geendet. Schimmernd lag der Gartentag. Pavlo schaute verzückt in das Buch, bläuliche Nacht in seiner Zelle, vorm Fenster der Mond und die ziehenden Wolken und die Düfte der offenen Nacht. Pavlo wollte nicht weiterlesen, es war ja schon alles im glücklichen Ende, wäre da die Bestätigung nicht zu viel? Er war voller Ekstase. Er war voller Ekstase. Pavlo las diesen Satz, noch diesen, zum Abschluss, da schien es ihm, als sähe er die Schatten seiner Arme auf der Seite des Papierbuchs und er las, da schien es ihm, als sähe er die Schatten seiner Arme auf sich zukommen, ihm war, als fühlte er, wie diese Schattenarme ihn um Schlangen, um Wanden und wie er sanft gegen eine Brust gedrückt wurde. Er lag in den Armen des Großinquisitors, des ehrwürdigen Petro Arbues des Pia, der ihn anschaute, die Augen voll dicker Tränen und mit der Miene eines guten Hirten, der sein verlorenes Schaf wiederfindet. Der düstere Priester presste den unglücklichen Juden mit einer so heftigen Bewegung der Barmherzigkeit an sein Herz, dass das raue mönchische Büßerhemd unter dem Ordenskleid die Brust des Dominikaners Wundtrieb und während Rabbi Asser Abarbanel dessen Augen unter den Liedern hervortraten in den Armen des asketischen Don Arburs röchelte und nur wirr begriff, dass alle Phasen dieses schicksalsschweren abends nur eine vorgesehene Martha, nämlich die der Hoffnung waren, flüsterte ihm der Großinquisitor im Ton eines stechenden Vorwurfs und betroffenen Blickes mit heißem vom fasten verderbten Atem ins Ohr Oh mein Kind Am Vorabend des möglichen Heiles wolltet ihr uns also verlassen Das Papierbuch Pavlo hielt das Buch in der Hand Er hielt es geschlossen Blaugrauer Einband Die bläuliche Nacht vor dem Zellenfenster und Pavlo lag an die Mauer gepresst Eine dritte Erzählung hinter ihr das Ende Sie war nur sieben Seiten lang Pavlo suchte das letzte Wort Es hieß genug Gab ihm das Kraft Was sollte Pavlo denn tun als lesen Er war schon zu solcher Art verändert dass er weiterlesen musste und diesmal las er erwartungslos Die Erzählung hieß der Nasenstüber und Pavlo erfuhr sofort was das war Es war ein leichter Schlag auf die Nase ein Klaps nur auf den Nasenrücken oder von der Seite her auf einen der Nasenflügel manchmal auch nur ein Fingerschnipsen von unten gegen die Nasenspitze und der diesen Nasenstüber austeilte war ein Wächter und der ihn empfing ein Häftling in einem der Konzentrationslager des 20. Jahrhunderts Pavlo wie jeder in Uniter wusste was ein Konzentrationslager war so wie er wusste dass es in Uniter keine mehr gab noch je geben konnte Eine Art Summe von Strafkolonie und Inquisitionskerker so hatte man sich diese Städten wohl vorzustellen und der Nasenstüber war dort in einem Alltag des Folterns und Mordens eine lächerliche Kleinigkeit von der man noch kein Aufheben machte so wie und Pavlo dachte da lange nach aber es fiel ihm nichts Vergleichbares ein so gab er sich selbst einen Klaps auf die Nase ein kleiner Schmerz der schnell ums Gesicht lief ein bisschen Taubheit des Fleisches zwischen Mund und Stirn sonst nichts Pavlo wiederholte den Schlag nun spürte er fast keinen Schmerz mehr er schlug ein drittes und viertes Mal schneller heftiger nicht einmal ein Brennen so rasch also gewöhnte man sich und dieser Häftlinge empfing ihn täglich zu Morgenappell einen Schlag auf die Nase nicht grob nur einen Schlag auf die Nase jeden Morgenappell nur selten Flossblut so ging es ein Jahr und neun Monate lang jeden Morgen der 638 Tage 638 Schläge auf die Nase dachte Pavlo und er schlug ein fünftes Mal diesmal ein Stechen und da plötzlich hatte Pavlo begriffen dass es ja der Wächter war der den Häftling schlug und dass das vielleicht einen Unterschied machte so kam der 639 Morgen der Häftling hatte keinen Namen er war eine Nummer 441825 die trug er ins Handgelenk eingeätzt Pavlo das Buch in beiden Händen schaute auf seine Handgelenke seine Nummer war nicht eingeätzt der Autor der Erzählung hieß anonym so kam der 639 Morgen 441825 stand in der vordersten Reihe er stand immer in der vordersten Reihe es war ein ausdrücklicher Befehl des Scharführers dass 441825 immer in der vordersten Reihe zu stehen hatte der Scharführer stand nun wieder vor ihm er sah den Häftling wie immer voll Freude an der Häftling ein Mann von 59 Jahren stand stramm wie es befohlen war die gestreifte Mütze vom Kopf gerissen die Hände an die gestreifte Hose gepresst da ist er ja unser kleiner Liebling sagte der Scharführer er hat sicher die ganze Nacht schon darauf gewartet 441825 hat er jawohl zu sagen und den Scharführer dabei anzusehen jawohl sagte 441825 und seine Stimme war grau und sein Blick war Todesangst na dann guten Morgen sagte der Scharführer und schlug 441825 auf die Nase diesmal mit der flachen Hand auf den Nasenrücken es war nur ein Klaps 441825 spürte sein Gesicht zerplatzen doch es war weiter nichts es floss nicht einmal Blut und am nächsten dem 640. Tag wieder 441825 stand wie immer in der vordersten Reihe die gestreifte Mütze vom Kopf gerissen die Hände an der gestreiften Hose wieder stand der Scharführer vor ihm und sah 441825 voll Freude an 441825 begann zu zittern da ist er ja unser kleiner Liebling sagte der Scharführer strahlend er hat sicher die ganze Nacht schon darauf gewartet jawohl sagte 441825 seine Stimme war ein Röcheln er schloss die Augen Totenstille kein Schlag kam eine Ewigkeit stand 441825 so und eine Ewigkeit war Totenstille dann schlug 441825 die Augen auf und sah den Scharführer vor sich stehen nachdem guten Morgen sagte der Scharführer und schlug 441825 auf die Nase diesmal schlug er von rechts her ein wenig stärker als sonst aber auch diesmal floss kein Blut 441825 heulte ganz leise auf na na sagte der Scharführer 441825 stand stumm er fühlte seinen Kopf wie eine Geschwulst der Scharführer lachte und ging weiter ich werde wahnsinnig dachte alles in Pavlo jeden Tag bekam 441825 zum Morgenappell seine Nasenstüber schlimmeres geschah ihm nicht er wurde bei der Arbeit geschont auf ausdrücklichen Befehl des Lagerführers er gehörte zum Kartoffelkratzkommando er hatte beinahe satt zu essen er wurde nicht auf den Bock geschnallt er wurde nicht in den Steinbruch gestoßen er wurde nicht mit ausgekugelten Armen an den Ast eines Baumes gehängt er wurde auch nicht in der Latrine gebadet jeder im Lager kannte ihn und er wurde von allen beneidet alle fragten sich wodurch sich 441825 solche Vorteile erkaufe 441825 hatte eine Britsche allein aber er schlief nicht länger als drei Stunden und auch da träumte er von dem Nasenstüber und fuhr schreiend aus dem Schlaf seine Kameraden hätten ihn gern verprügelt doch das war vom Lagerkommandanten auf strengste verboten und der Blockälteste passte auf jetzt kam der 641ste Tag so kam der 641ste Tag 441825 stand zum Morgenappell in der vordersten Reihe und als er den Scharführer kommen hörte winselte er wie ein Hund er stand wie es befohlen war die gestreifte Mütze vom Kopf gerissen die Hände an der gestreiften Hose doch er konnte das Winseln nicht unterdrücken aus dem Block der Häftlinge scholl ein unhörbares Gelächter auf der Scharführer stand nun vor 441825 und der hörte noch immer nicht auf zu winseln der Scharführer sah ihn vorwurfsvoll an jetzt schlägt er mich tot dachte 441825 und er dachte es aus seiner Erlösung der Scharführer sah ihn stumm an und ging weiter 441825 winselte noch immer er hörte den Scharführer weitergehen und dachte zuerst dass er wahnsinnig sei dann dachte er dass der Scharführer an ihm genug habe und dann dachte er dass er nun gelernt hatte das zu tun was man von ihm verlangte im Lager wurde nichts erklärt es wurde so lange geschlagen bis man begriff was zu tun war einer musste täglich nach der Mittagssuppe auf dem Kopf stehen und krähen und er wurde so lange wortlos geschlagen bis er schließlich auch das begriff nun habe ich es begriffen nun ist es zu Ende dachte 441825 es war der glücklichste Tag seines Lebens aber in der Nacht schlief er keine Stunde er dachte dass er nun ein Hund sei und winseln müsse wie ein Hund winselt jeden Morgen zum Morgen Appell winseln alle Tage bis an sein Lebensende dann bekam er keine Nasenstüber mehr er war glücklich und konnte dennoch nicht schlafen am nächsten Morgen dem 642. Tag im Lagerleben des 441825 stand 441825 wie immer in der vordersten Reihe die gestreifte Mütze vom Kopf gerissen die Hände an der gestreiften Hose und der Scharführer kam heran nun muss ich winseln wie ein Hund winselt dachte 441825 und er winselte er war ein Hund der Scharführer sah ihn strahlend an da ist der ja unser kleiner Liebling sagte der Scharführer er hat sicher die ganze Nacht darauf gewartet das Winseln brach in einem erstickten Ehrwoll ab ein Japsen und ein Blick in den Wahnsinn lachte nur den guten Morgen sagte der Scharführer und schlug 441825 auf die Nase diesmal schlug er wieder auf den Nasenrücken und auch diesmal floss kein Blut ich lese nicht mehr weiter schrie alles in Pavlo plötzlich begriff er die erste Erzählung und natürlich las er weiter den 643. Tag es kam der 643. Tag weder hatte 441825 in der Nacht nicht geschlafen er hatte seinen armen Kopf zermartert was es nur war dass man von ihm verlangte sollte er winseln oder nicht er wusste es nicht und er wagte auch niemand zu fragen er wusste dass die Kameraden ihn hassten weil er so bevorzugt war dass er noch kein einziges Mal auf den Prügelbock gelegt oder in den Steinbruch gestoßen wurde zum Morgenappell stand 441825 wieder in der vordersten Reihe die gestreifte Mütze vom Kopf gerissen die Hände an den gestreiften Hosen der Scharführer kam heran 441825 war vor Angst gelähmt er zitterte an allen Gliedern er konnte nicht stramm stehen und er konnte nicht winseln der Scharführer strahlte da ist er ja unser kleiner Liebling sagte der Scharführer er hat sicher die ganze Nacht schon darauf gewartet aus der Kehle von 441825 kam ein Röhren die Häftlinge hatten alles brüllen gehört dass ein Gepeitschter nur ausstoßen kann Heulen Kreischen verzweifelte Schreien das Glatschen der Peitschen und das Bändeln der Leiber an den Ästen der Bäume das alles war der Lageralltag doch dieses Röhren war schauerlich noch den guten Morgen sagte der Scharführer und schlug 441825 auf die Nase auch diesmal schlug er wieder von oben und auch diesmal floss kein Blut 441825 fiel zitternd nieder Schaum vor Mund einen anderen Häftling hätten die nebenstehenden aufgefangen diesen ließen sie fallen er war bevorzugt sie hassten ihn aber auch der Scharführer ließ ihn liegen und trat ihm nicht wie üblich die Nieren kaputt dann kratzte 441825 wieder Kartoffeln am Abend im Block wagte 441825 seinen Blockältesten zu fragen was man von ihm verlange er wolle alles tun er werde sonst wahnsinnig der Blockälteste gab ihm einen Schlag auf die Nase ein Fingerschnipsen auf die Nasenspitze und wies ihn ins Bett 441825 winselte durch die Nacht in seine Pferdedecke hinein er war einer der wenigen die eine Pferdedecke besaßen in diesem Block hatte nur der Blockälteste noch eine Pferdedecke 441825 stand noch sieben Tage beim Morgenappell die gestreifte Mütze vom Kopf gerissen die Hände an der gestreiften Hose und der Scharführer sagte noch siebenmal da ist er ja unser kleiner Liebling und der Scharführer fragte noch siebenmal ob 441825 die ganze Nacht hindurch darauf gewartet habe und die Häftlinge hatten sich schon am dritten Tag an das Röhren von 441825 gewöhnt so schnell geht das siebenmal sagte der Scharführer noch na denn guten Morgen und siebenmal noch bekam 441825 einen Schlag auf die Nase immer von oben auf den Nasenrücken und nicht einmal von den siebenmalen kam Blut am 650. Tag seines Lagerlebens war 441825 wahnsinnig geworden er konnte nicht mehr Kartoffeln kratzen der Kratzer fiel ihm aus den Händen er rollte sich zu einer Kugel zusammen die Arme um die Nase geschlagen und diesmal bekam er einen Fußtritt es war ein Fußtritt in den Nieren aber auch dieser Fußtritt vertrieb den Wahnsinn nicht mehr dem Scharführer wurde Meldung erstattet er kam mit dem Lagerführer und sah 441825 an wie er auf dem Boden lag die Arme um die Nase geschlagen und er sagte so also Lagerführer und der Lagerführer sagte auch so also und ging der Scharführer gab einen Befehl 375288 kam angerannt und er schlug 441825 mit einer Hacke er schlug nur einmal zu das war schon genug und dann stand da Ende Pavlo las Ende und langsam wie nach einem Schlag in die Magengrube ein dumpfes Durchdringen von Leib und Seele begann Pavlo zu begreifen und er sagte unseren täglichen Schlag Plötzlich entsann er sich eines Satzes zum Ende der ersten Erzählung über den er achtlos hingelesen und von dem er nun wusste dass er ihn brauche um zu verstehen er blätterte das Buch zurück und als ob jenes Wort auf ihn gewartet sprang es ihn aus den Zeilen an es war armes gedemütigtes Volk Pavlo so klappte das Buch zu vor dem Zellenfenster Violettes Glühen Uniter sandte seine Botschaft ins All unseren täglichen Schlag gibt uns heute sagte Pavlo er wusste nicht was er da sagte doch er sagte das so und dann trank er halt wieder Miklos Rodnotty zwei Gedichte aus dem Arbeitslager der SS die siebente Ekloge siehst du der Abend naht und der Stacheldraht rings und der wilde Eichzaun und die Baracke sie schweben hinein in sein Dämmer langsam löst sich der Blick von unserer Gefangenschaft Rahmen und der Verstand nur allein weiß noch um die Ladung des Drahtes sie auch die Fantasie gewinnt hier nur so ihre Freiheit unseren gebrochenen Leib löst der Schlaf der schöne Befreier und das gefangenen Lager schwebt nun da die Nacht naht nach Hause schnarchend in Lumpen gehüllt und kahl fliegt von Serbiens blinder Höhe der Häftlinge scharen die Heimat die schweigend geduckte schweigend geduckte Heimat O gibt es noch ein Zuhause wurde es nicht schon zerbombt und ist so noch wie einst wir es verließen und ob wer rechts von mir stöhnt und links hingestreckt liegt einst wohl heimkehrt sagt gibt's dort noch einen Ort wo man den Hexameter verstehen kann ungefähr ohne Sicht nur Zeile um Zeile abtastend schreibe ich hier in der Dämmerung Verse schreib so wie ich lebe wie ein Regenwurm blind den glatten Papiergrund befühlend Taschenlampe und Bücher nahmen die Wächter des Lagers und statt der Poste ersehnten trinkt Nebel in unsere Baracke unter Gerücht und Gewürmen leben hier Polen Franzosen Römer verträumte Bergjuden separatistische Serben Stücke nur fiebernden Leibs und dennoch ein Leben hier lebend wartend auf frohe Botschaft aufs Wort einer Frau auf die Freiheit auf das in dichte Dämmerung stürzende Ende auf Wunder Bettenlos lieg ich gefangenes Tier zwischen Würmern der Flöhe Ansturm hebt neu wieder an da die Heere der Fliegen nun ruhen sie es ist Abend geliebte ein Tag der Gefangenschaft weniger und ein Lebenstag auch das Lager schläft auf die Landschaft scheint nun der Mond und macht den Stacheldraht wieder Erglänzen und man sieht durch das Fenster die Schatten bewaffneter Wächter an die kalkige Wand projiziert unter nächtlichen Stimmen siehst du Geliebte das Lager schläft und es rauschen die Träume einer aufgedeckt schnauft dreht sich um auf dem engen Fleck und schon schläft er wieder und sein Gesicht strahlt nur ich allein wache schmeckend den halb aufgerauchten Stummel im Munde anstelle deines Kusses Geschmack und es naht mir der Schlaf nicht der Milde denn nicht sterben nicht leben kann ich nun mehr ohne dich Lager Heidenau Oberhalb Schaugubitzer in den Bergen Juli 1944 Brief an die Gattin Schweigende stumme Welten in der Tiefe die Stille heult ich schreie doch wer riefe mir Antwort zu in diesem tot umhauchten serbischen Land des Täler blutig rauchten und du bist fern nur nachts durch meine Träume klingt deine Stimme noch in heiße Räume des Herzens berg ich sie ihr tags zu lauschen indes um mich die schlanken farben rauschen wann ich dich wiedersehe kann ich nicht wissen du hort stark wie ein psalm in ärgernissen wie licht und schatten schön ach selbst mit blinden augen würd ich unfehlbar zu dir finden die landschaft birgt dich doch von innen schwebst du mir vor das aug und unzerstörbar lebst du wirklichkeit warst traum wirst du wunderbare erneut im brunnen meiner knabenjahre voll eifersucht dring ich in dich sag liebst du mich und am gipfel meiner jugend gibst du die hand als gattin mir ich hoff's erneut im wachsein weiß ich du bist ehefrau und freundin nur fern bist du jenseits drei wilder grenzen auch wird september bunt schon kronen glänzen vergisst mich selbst der herbst ins ungewisse treib ich und schmeckt noch taumelnd unsere küsse an wunder glaubt ich und vergaß sie lärmend ziehen bomber über uns am himmel schwärmend sah ich dein augen blau nun unter trönen trübte sich ein und wild die bombensehnen zum sturz sich droben ihnen trotzend leb ich und bin gefangen doch glaub mir bald schwebe ich zu dir und weiß dass ich dich nicht verfehle für dich legt ich die länge meiner seele der wege all zurück durch purpur gluten wenn es so sein muss durch brüllende fluten werd ich mich zaubern das zu dir ich finde ich werde zäh sein wie am baum die rinde mit wilder männer ruh werd ich aufwiegen waffen und macht es lehrt die not mich siegen und die gefahr und hold wird hoffnung schenken die nüchternheit des einmal eins dem denken lager heidenau oberhalb schagubitzer in den bergen august september 1944 1944 sie dijo musik ro희